ich habe jetzt production construction component 20 nee ich hab drei jetzt brauche ich noch sieben gut die werden dann nach dem motor gemacht gut so dann muss ich gucken wo der generator hinkommt und sowas hier g small generator large vector small vector okay das ist nicht besonders groß wie viel strom macht er denn die das hier nee da muss ich als dann gucken ok das passt auch noch mal motoren dann tue ich mal kurz drehen doch so passt das ich mach mal jeweils drei ich weiß nicht ob das zu viel ist wahrscheinlich aber ich gebe auf nummer sicher so da brauche ich noch gyroscopes das ist echt gyroscopes nee das ist gyroscope so das sieht immer gleich aus auch drei also nicht auch drei sondern hier drei zu warten jetzt gut und dann hier noch ein bisschen blöcke nicht in rot wächst das denn immer die farbe noch eins wir brauchen ein paar plates ähm ich brauch mehr konstruktion konstruktion so was macht er denn jetzt gerade der macht immer noch nickel ok ähm nee ich brauch nicht so viel ich brauch auch 10 so damit ich schon mal da gleich paar platten fertig machen kann also paar von den teilen teilen da so verkleiden tue ich das jetzt erstmal nicht kann ich vielleicht später noch machen aber jetzt erstmal nicht brauche ich nicht so triebwerk kommen da natürlich noch hin ich glaube ich natürlich nicht vergessen oh oh ich brauch ganz schnell aufladen ich brauch ganz schnell aufladen ey so da rüber und aus und aufladen ich treib weg da also warum kommt immer 8,3 warum genau 8,3 also prozent der energie so ich kann euch schon mal rein ach ne kann ich nicht wie ist das dann entlockt wird und ich das nicht mehr gelockt bekomme das sollst du das fahrwerk so werden jetzt keine materialien verbraucht das einfach nur ein bisschen zeitaufwendig so jetzt muss ich gucken ob ich da drunter komme jetzt so jetzt so passt so noch 3 2 so gut dann hole ich mir noch ein paar motoren so was sind sie dann hier ähm da unten und den hier noch soll dann muss auch schon wieder alles weg sein genau im Motorfeld so dann was brauchen die dann brauche ich auch nochmal Motoren jetzt einen jetzt kann ich mich erstmal hier um so äh wie weit ist das denn habe ich schon genug ähm nickel für alles oder brauche ich noch ein bisschen was aber wenn ich genug habe dann brauche ich das gar nicht weiter zu machen okay nickel habe ich genug dann kommt jetzt Eisen dann mache ich jetzt kurz kurball also tun wir noch ein bisschen Eisen ähm da so ähm gleich sind wir da so ich weiß gar nicht ob hier noch was rumfliegt ich glaube nicht das sind Steine ähm habe ich nicht sonst auch immer Eisen geholt aber hier ist da gleich dahinter dann mache ich das lieber hier So viel habe ich 336 Dann habe ich auch gleich voll Und da oben bin ich Komm Okay Ich denke, Kobalt werde ich jetzt genug produziert haben Nein Okay, nicht mehr viel Ja, Kobalt ist auch ziemlich ineffektiv Aber das hat schon ganz was gemacht mit dem Oranium Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut geht Ich dachte, wir brauchen definitiv mehr War das meinig, Schiff ja jetzt gar nicht so nötig Achso, ich muss jetzt das Eisen weg tun Da warte ich noch kurz, bis das fertig ist Das dauert ja nicht mehr lang, hoffe ich Bis zum nächsten Mal